Ah lol Oh die Nippe hier Hey du Spast Du Spast, Alter Ja Ja, du wolltest doch mal stecken. Ja, wisst ich. Hä, was ist denn jetzt? Hä, ich kann nicht weiterfahren hier. Hä, du musst rückfahren. Komm rüber da. Hä, wie soll denn das jetzt gehen? Ich komme da nicht mehr rüber. Hä, rechts. Rechts nicht links. Links geht's nicht. Ich bin aber links gefahren. Ich hänge jetzt hier nicht ernsthaft fest. Ist jetzt nicht wahr. Ach, nö. Leck mich. Alter. Jetzt liegt hier Stuff rum. Brust hatten sie nicht. Junge. Alter. Schreck mich doch nicht. Ey, mir ist das herz richtig in die Hose rutscht eben. Alter, mach das nie wieder, Junge. Ey, du bist voll geil, Junge. Der hebt mir einfach mal so Eier. Ey, komm, die rocken wir, Bede. Die Scheiße, die rocken wir. Dit rocken wir jetzt, ey. Komm dir hinterher. Na, manchmal denkt man so, Teamkollegen. Ach, sind Lappen aber nö. Der, der ist schillig. Weil wir sind Bede voll dir. Komm, dit rocken wir. Digga, wo wollen wir hin? Sag was. Dahin. Ja, dann müssen wir da den Baum machen. Ja, ich hab keine. Ich hab keine Enderperle. Hallo, Schwuchtel. Ich hab keine Enderperle. Ja, das ist mein geiler Fahrrad. Mensch, dieser Nüppel hier. Warum ist denn auf so einen Reifen so ein Nüppel drauf? Geil, wa? Der sieht aus wie meine rote Eichel. Schei. Wichst du so viel? Was machst du denn nur? Die Stelle kann ich nicht. Wie geht die? Zeitlich. Du darfst nicht mit beiden Rädern gleichzeitig vorne, weil sonst bleibst du hängen vorne. Oh, geil. Mann, dieser scheiß Nüppel hier. Hä, ich bleib an den Nüppel hängen. Ja, weil da der Nüppel war. Ja, bei Gas gehen, ey. Ja, ne, Jan. Ja, lustig. Gas gehen beim Nüppel. Jan. Ich häng hier an den Nüppel. Mann, das nervt. Ja, man kann. Ich kriege, das ausrastet. Warte. Scheiß Nüppel hier. Waren wir den Team Nüppel, ey. Jan lebt Nüppel. Doch, ich hab's jetzt. Wie ein Gitter, äh, wie ein Minecraft. Na klar. Ich hab die. Gehen gefahren. Du hab mich nicht bei mir auf den Kallen auf. Fuck it. Na gut, dann machen wir das so. Wo ist denn der? Wo ist denn der Typ? Irgendwas hat mich hier geschlagen. Wo ist denn der? Mann, hier hat der mir auf der Eier. Irgendwas hat mich da gerade geschlagen. Ich hab mich sauer schrocken. Also ob der bis hierher trifft. Na klar. Ah. Shit. Das war nicht so gut, was ich gemacht hab. Ja, wie hieß der? Was soll man machen, wenn man alleine ist? Der Typ, der macht doch nicht. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Der ist jetzt zu spät, Alter. Hättest du jetzt mir heilen müssen, wo der... Mann, du bist doch ein Idiot. Was ist denn das? Für ne Shit mit Mutti. Ich komm da nicht ran. Gib mir Heilung. Hab ich so fucking kill? Ist mir aber egal. Das ist doch bescheuert, der Typ. Der erste ist da... Naja, dafür kann der jetzt eigentlich nicht. Eigentlich kann ich mich gar nicht beschweren. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Der gibt mir sau viele Sachen. Ich hab sieben kills, ich bin zufrieden. Aber die Runde zieht sich ganz schön in ne Länge, so. Oh, jetzt bleib ich doch noch hängen. Der jetzt da. Und der selbst... Ja, würde ich auch sagen. Gutes Team, danke. Bist ein gutes Team. Tschüssi. Nee, das... Doch, der kriegt echt... Der kriegt einen Applaus. Kommt, Leute. Der kriegt einen Applaus. Der war geil. So weit finde ich schon... So weit werde ich in 300 Jahren nicht mehr finden, so ein Team-Mate. Ich sehe euch, meine Frau Hilfe! Oh Gott! Wie geil! Oh mein Gott! Luka! Geil, Luka! Wir haben es angestimmt. Luka, es ist runtergefallen. Nein! Lukas, es ist echt nicht schwer, komm. Ja, ich hatte... Du musst nix drücken. Du brauchst echt nix. Hä? Wegen Jan! Hä, warum? Du hast mich gerangt? Ich hatte Windschatten. Ich hatte Windschatten. Oh, ich schaffe ich das nicht. Oh Gott. Ich hatte wegen Jan Windschatten. Scheiße, kriegen wir nicht mehr einen hier. Mit dir da? Ist das dein Ernst jetzt? Das ist ein fucking... Mann. Wie ich so eine Spieler hasse, weißt du? Ich muss halt einfach nur so safe bauen. Wo ist denn der scheiß Wasser jetzt hier? Ich hab keine Luft mehr, ja. Ach Mann, fick dich doch. Das ist doch scheiße. Mann, so eine Gegner kotzen einen richtig an. Schwimm doch mal schneller. Nicht, dass jetzt der andere kommt. Nee, das ist scheiße. Ich komm doch nicht ran an diesen Wichser. Komm doch an diesen Penner nicht ran. Hey, so eine Gegner einen ankotzen, Alter. Mann, der geht mir auf den Sack, Alter. Der geht mir richtig auf den Sack. Der hat jetzt Wasser weggemacht. Ey, so eine Fotze. Oh, jetzt baue ich hier noch zweimal. Wollt was fressen. Sorry, Alter, der geht mir auf den Sack. Ohne Scheiß. Ich kann auch keine... Ich kann auch nichts machen. Hurensohne, Alter. Wollt mir ne Angel machen. Spastier. Spastier. Vielen Dank.